So, Oinkie, ich habe all meine Kabel an der Leiste gelegt für das Laden. Alles, was man braucht. Überlass das mal hier. Kamerabatterie rein. Das finde ich eine schlaue Idee. Ich brauche nur noch ein hübsches Körbchen. Und das sind die anderen Kabel. Ich lasse das einfach alles hier und hole später ab. Danke. Dann kannst du selber einplacken, oder? Das mache ich. Die Station wird geladen.